Hallo zusammen, ich bin Lukas Flühler. Ich habe 15 ab dem ZSZ gespielt. Ich arbeite jetzt bei der Swiss Life. Wir sind hier in der wunderschönen Swiss Life Arena. Jetzt gehen wir doch am besten gleich rein. Ich habe gerade Hühnerhaut. Ich freue mich mega, wenn es losgeht. Ich glaube, es wird unglaublich. Mir gefällt der Swiss Life Arena, dass man von jedem Platz eine super Sicht auf das Spielfeld hat. Ich glaube, die Mannschaft hat eine geniale Garderobe. Fans, super Restaurants. Ich glaube, das wird eine super Stimmung. Es ist für mich persönlich ganz speziell, hier in der Swiss Life Arena zu sein. Ich habe lange im ZSZ gespielt, die hier zuhause sein wird. Und jetzt bin ich bei der Swiss Life, die auch hier zuhause sein wird. Ich glaube, der Swiss Life Arena ist ganz speziell für den ZSZ. Das erste Mal mit einem eigenen Stadion in der Stadt Zürich. Das ist natürlich etwas unglaublich Gutes für den Sport, für den Nachwuchs. Und ich glaube für die Fans und für die Stadt Zürich. Wir freuen uns alle mega, wenn es im Oktober losgeht. ZSZ. 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 Vielen Dank.